Hey und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute spielen wir eine Runde Timeguesser. Wenn ihr nicht was wisst, was das sein sollte, erkläre ich es euch sehr gerne. Das ist eine Art, ja nicht Geogäste, aber doch irgendwo schon, nur mit einem Twist. Und zwar bekommen wir gleich ein Bild angezeigt und wir müssen herausfinden, welches Jahr und welcher Ort das ist. Ich werde euch das gleich zeigen. Ich werde da wahrscheinlich teilweise komplett daneben liegen, aber es wurde mir in den Kommentaren vorgeschlagen, wenn auch du also einen Themenvorschlag oder einen Spielvorschlag hast. Gerne rein damit. Wir starten einfach mal. Ich setze mich mal hier hin. Ich weiß noch nicht, wie es ist. Okay, ist erstmal Hardcore Hell, aber ich muss dazu sagen, ich habe hier schon alles im Dark Mode. Das geht halt einfach nicht. So, was ist das? Also, es ist angeblich immer ein historisches Event. Der Dude, ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Wait, ist es Abraham Lincoln? Das ist nicht Abraham Lincoln, oder? Oh mein Gott, wie heißt der denn? Nee, das ist, ist es Abraham Lincoln. Moment, das ist, es ist auch ein US-amerikanischer Präsident gibt. Also, zumindest ist es Roosevelt. Wartet mal. Ich bin mal so frech und google mal nebenbei. Das soll ja okay sein. Also, Roosevelt. Nee, es war nicht Roosevelt. Doch, doch, Fyodor. Es könnte Fyodor Roosevelt sein, oder? Hier. Nein, Moment, ich darf nicht weiter gucken. Sonst weiß ich ja ungefähr das Jahr. Ich habe jetzt nicht gesehen, wann er geboren wurde, aber, ne. Ich, aber dann für den Linken. Also, ich bin der Meinung, das ist Fyodor Roosevelt. Ja, die Frage wann. Ich meine, die wäre Anfang 1900 noch was gestorben. Was ist der da? 50. Ich würde es um 1900 setzen. Oh, wie weiter geht es? Auch gar nicht. Hoppala. Es geht gar nicht tiefer. Ja, machen wir mal 1905. Und wo ist das? Ich, ich denke halt direkt wieder an den Grand Canyon. Ich kann mich auch nicht weiter bewegen irgendwie, ne. Also, ich würde jetzt einfach auf USA gehen. Oh, die Steuerung ist schon etwas anders. Ich merke das. Und den Grand Canyon nehmen. Hier. Make gas. US-Präsident Fyodor Roosevelt and Nature. Ach, du heiliger Gott. On Glacier Point in Yosemite Nationalpark during his... Okay, während der Präsidentschaft. Signed into existence five national parks. Okay. Okay, er hat also unterschrieben, dass insgesamt fünf Nationalparks, 18 nationale Monumente und alles mögliche weitere gibt. Wir waren insgesamt 688 Kilometer entfernt. Das ist bitter. Und es war 1903. Ja, das ist gut gewesen. Also, wir haben acht... Oh, wartet mal. Wir haben insgesamt 8612 Punkte von 10.000 bekommen. Boah, dass ich Fyodor Roosevelt noch erkannt habe und nicht auf Eblinkeln. Wie auch immer. Aber Fyodor, gut. Nice. Let's go. Weiter. Okay, Bill Clinton. Oh, wer sind die Boys nochmal? Ich kenne sie doch. Also, ich kenne Bill Clinton. Okay. Da ist Bill. Da ist Hillary. Ja. Was ist das hier? Ireland. Hier liegen ein paar Bücher. Friends of Art and Preservation in Embassies. 10.000. Oh mein Gott. 10.000. Okay. Sie ist auf jeden Fall happy. Maybe. Aha. Ist das... Moment. Ist aber nicht Lemmy, oder? Maybe. Aber, ähm... Moment. Moment. Es war... Biden, Trump, Obama, George W. Bush, Bill Clinton. Bush war nicht die kompletten Jahre. Es könnte so 98 gewesen sein. Ich kenne nicht genau die Daten von den, äh, Präsidenten. Ähm... war nicht 2008 bis 2016 Obama, 2020, dann Biden, nee, Biden ist nicht drei Jahre. Nee, ist Biden nicht jetzt zwei Jahre im Amt oder sowas. Ungefähr. Ich kenne nicht... hab das nicht genau im Kopf. Aber ich meine, es wäre wirklich... Frau Obama, war George W. Bush. Davon müsste Bill Clinton gewesen sein. Und davon müsste George Bush, der Ältere gewesen sein. Äh, ich wollte nicht nach New York. Ich wollte eigentlich ins weiße Haus gehen. Vielleicht. Maybe. I don't know. So. Ein bisschen gasen jetzt. Äh, gehen wir hier zum weißen Haus. Wird einfach mal... Als Oval Office ist es ja offensichtlich nicht. Zack. Und 98 müsste ungefähr passen. Es ist 98. Aber es war eine komplett andere... Oh, es war U2. Daher... ja lol. Okay, der Ort ist komplett mies. Also wir waren 5.437 Kilometer entfernt. Aber 1998 war spot on. Das ist ja schon mal etwas. Aber trotzdem nur 5.412 Punkte. Ja, okay. Äh... Ja, den Boy kenne ich gar nicht. Jetzt muss ich kurz gucken. Wenn man ein bisschen interpretiert, könnte man bei einigen Leuten halt was erkennen. Also wenn ich... Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, wir sind irgendwo auf Liberty Island, wenn ich ehrlich bin. Also ich hätte gesagt, dass im Hintergrund hier haben wir die... Äh, wartet, ich zeige es euch. Wir müssten eigentlich hier sein. Weil da rechts, das hier. Das ist die Brooklyn Bridge. Die ist hier. Und ähm... Genau. Ja, doch muss. Safe. Oh, das wird sein, wo die... Moment, seit wann gibt es die Freiheitsstatue? Ich habe keine Ahnung. Ah, die... Ne, warte mal. Die war doch... Die war doch schon ein Geschenk deutlich früher, oder? Eih, die... Moment. Ähm... Mir sagt ihr Gesicht was. Ich habe irgendwie im Kopf... Ist das die... Ne, ich... Ich setze mich jetzt nicht in die Brennnesseln. Ich wollte gerade sagen, ist das die... Vorgängerin von Queen Elizabeth, die Zweite, oder sowas. Aber ich würde sagen, das Bild ist halt hardcore alt. Ich würde echt fast hier mal so auf 1907 gehen. Let's go. Es war 1965. Lyndon B. Johnson signing the Immigration Act. Au, das hätte ich wissen können. Okay. Ich hatte Lyndon B. Johnson ehrlicherweise null auf dem Kopf. Auf... 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 Im Kopf. Ich glaube, bei 74 Meter immerhin etwas. Also, beim letzten Mal waren wir hier technisch spot on. Diesmal sind wir location-technisch spot on. Und wir verschlechtern uns irgendwie von den Punkten. Next round. Das finde ich jetzt mal ein gutes Bild. Zeige ich euch so, wie es ist. Doch, da sehe ich uns. Auf jeden Fall. Das ist eindeutig in Madrid. Und das war eindeutig der... Ähm... Der Sieg hier 2005 ist, na? So der hier. Okay. A meeting for the democratic union in... Okay. Never mind. Nicht mal ansatzweise. Schade. Och. Also, und da, was soll ich machen? Steve. 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 Stevie. Okay. Und die nehmen mit. Sieht mir nach GarageBand auf. Äh, aus. Auf. Kenne ich aber überhaupt nicht den Dude. Ja, das muss ja dann irgendwo hier. Moment. Das wird ja dann in Richtung... Ist es... Ne, ist es L.A. Moment, wo hat Apple nochmal seinen Hauptsitz? Jetzt komme ich gerade durcheinander. Moment. Müsste hier Palo Alto. Ne, Palo Alto ist Dingens. Haben die da auch ihren Sitz? Jetzt bin ich gerade komplett durch den Wind. Palo Alto ist auf jeden Fall hier Mr. Mr. Elon Musk alles gewesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment. Haben die... War das San Francisco oder war das L.A.? L.A. wäre mir jetzt gerade älterweise neu. Nee, war das L.A. oder San Francisco? Oh nein. Jetzt ist bitter. Das ist jetzt bitter. Warte mal. Sehe ich hier was? Lass uns erst mal kurz überlegen. Das müsste so... 2,10 gewesen sein. Würde ich schätzen. Ach, Steve Jobs zu sehen tut mir im Herzen weh. Nennt mich Apple jünger, aber ist mir egal. Ich gehe auf San Francisco. Das kann ja so nicht sein. Also, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Palo Alto. So, ähm. Hier ist die Stanford University. Hier bin ich zu hoch. Hier bin ich ja schon am SFO. Oh, hier möchte ich auch gerne mal hin. Echt. Ich finde diese Stadt so faszinierend mit ihrem Hoch und Runter, Hoch und Runter. Lass mich mal gucken. So, hier sind wir wieder bei Palo Alto. Das Problem ist halt, auch hier wird relativ, relativ, relativ wenig angezeigt. Oh, da, Ikea. Da sehe ich mich ja. Mountain View. Costco, ja, nice. Moment, müsste das nicht... Apple Park. Danke. Also, natürlich war Apple damals noch woanders. Aber, ungefähr, ein Gas dafür haben wir dann schon mal. Also, ich meine, waren die nicht früher ein bisschen tiefer? Möglich. Möglich. Ich frage mich gerade, welcher Boy das ist. Und auch er hier. Ich sag dir so, wie es ist. Ich kenne ihn nicht. Sieht man denn da was an der... Das ist nur... B-b-b-Gitarre. A-a-a. Oder eins, glaube ich. Irgendwie sowas. Die nehmen schon 20 Sekunden auf. Steve sieht, ja, noch lebendig aus. Scheiße. 2.10 müsste passen, ungefähr. Es war 2.5 und es war John Mayer. Oh, nee. Okay, ja. Hör ich überhaupt nicht. Performing at Macworld. To reveal Garageband. Steve Jobs appears in the background. Jaja, okay. Steve Jobs war ja klar. Es war hier oben. Okay, sie... Ah, lull. Sie waren nicht weiter unten. Sie waren weiter oben. Und... 5 Jahre. Gibt es Garageband schon seit 2005. Holy moly. Aber 60 Kilometer entfernt. Und 5 Jahre entfernt. 8.557 von 10.000 Punkten. Ist gar nicht mehr so schlecht. Final Score. Achso, das ist ja jetzt... Ist ja jetzt antiklimatisch. Ich dachte, hier wird jetzt nochmal kurz gezeigt, was was war. Timeguesser. Ihr Final Score ist 27.592 von 50.000. Gut, wir hatten ein Ding, wo wir nichts wussten. Also wo wir nicht machen konnten. Ansonsten war das, glaube ich, so eine gemixte Folge, würde ich sagen. Teilweise sehr gut. Teilweise auch ziemlich mies. Möchtest du davon eine weitere Folge? Das ist eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Und lass dem Video auch einen Daumen nach oben da, damit ich das weiß. Hier findest du jetzt zwei weitere Videos. Schau dir die gerne an. Und abonnier den Kanal, um auch nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020